Du bist schön zu lieb. Weißt du das? Du bist die ganze Zeit überhöflich. Entschuldigung? Was? 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 Höflichkeit ist auch eine Art Gewalt. Da ist eine Gewalt gegen dich. Du musst einfach sagen, was du willst, und dann kriegst du es auch. Weißt du? Lass uns was machen. Was willst du machen? Irgendwas. Bam! Fuck, ja? Du hast dein Leben lang gelernt. Ich glaube, er hat gesagt, er möchte gerne auf dich fressen. Plötzlich alles nichts mehr wert. Wir krassen sie auf. Komplett im Dunkeln Angstschweiß. Arsch auf Grundeis. Du bist Vanille. Die erste Taiga. Denn du weißt nicht, wie man Feuer macht. Wir müssen leider eine Taschenkontrolle vornehmen. Da hab ich was Haares gespürt. Ist sicher. Ist sicher. Ist auch nicht. Denn du weißt nicht, wie man Feuer macht. Warum hast du eigentlich diese komische Jacke ein? Du hast doch gesagt, du sollst eine Strickjacke anziehen. Ich hab gesagt, du sollst eine Strickleiter mitbringen. Strickleiter. Ja. Scheiße. Abwechst du dich da? Ich hab dich wohl echt. Ja. Ja.